Das hier ist mein 1-2-3-Mürbeteig oder auch 1-2-3-Plätzchenteig, denn damit könnt ihr wirklich alle möglichen Plätzchen zubereiten. Besteht aus einem Teil Zucker, zwei Teilen Butter und drei Teilen Mehl. Ich zeige euch jetzt mal einfach ein paar. Der ist einfach perfekt, der klebt nicht, lässt sich super verarbeiten und ist wirklich schnell hergestellt. Ich brauche dafür auch immer nur ganz, ganz wenig Mehl darunter und etwas darüber. Nehmt dann am besten einen Silikonausrollstab mit Abstandsringen, dann werden die Plätzchen gleichmäßig. Dann könnt ihr hier immer mit einer Palette einfach kurz drunter gehen und den Teil gleichmäßig ausrollen.